Ah, Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr wisst sicherlich, letztes Mal haben wir Justin Bieber entführt. Wie arrogant war der Typ, bitte? Einfach gar kein Nerv mal auf seine Visage. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie es mit Justin Bieber weitergegangen ist, dann droppt mal einen fetten Like, lasst mal 4 oder 5 Likes packen. Letztes Mal hatten wir 3 Likes gepackt. Ich küsse doch eure Augen. Leute, das Geile ist, heute ist einfach Marshmallow auch am Start. In Los Santos, er ist zu uns gereist in Los Santos, hält hier ein Konzert. Und ich dachte mir, komm, ich kaufe mir ein Ticket, guck mir mal die Lage an. Und da vorne soll er angeblich schon sein. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das für eine Polizeiversammlung hier? Ey, sag mir nicht, sie machen wieder Stress. Ey, 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 Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht sein. Guten Morgen, Officer. Wie geht's euch am frühen Morgen? Bringt Sie Ihr Auto zurück und fahren Sie nach Hause. Hä, ich habe aber ein Ticket für Marshmallow. Ich habe extra 3.000 Euro für dieses Ticket bezahlt. Zeigen Sie. Gucken Sie mal. Nein, 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 nein. Wir haben die klare Ansage bekommen. 15 Leute sind da, das ist ein Privatkonzert. Ja, und ich gehöre zu den 15 Leuten. Was machen Sie da? Ich habe Ticket aufgesammelt, die sind fein gelassen. Und das Ticket ist nicht mehr gültig, wir sind full. Es ist gültig. Was ist das für eine Scheiße, was ihr da labert? Nein, es ist nicht gültig. Ich habe schon letztes Mal auch bei Justin Bieber so einen Stress mit dem Polizisten gehabt. Hört mal auf, ich muss hier durch. Wollen Sie etwas Stress? Also wenn Sie wollen, ich packe meine Boxkräfte raus und will Ihnen kurz zeigen, wie Sie hier rausfliegen, ja? Ey, das ist so ein Boot rausgehen. Ich kann nichts machen. Hören Sie mir mal jetzt ganz genau zu, okay? Ich habe wirklich sehr viel Geld dafür investiert. Gucken Sie mal, Marshmallow, der will doch, dass ich da anwesend bin. Er liebt doch seine Zuschauer oder nicht, seine Fans. Hätten Sie viel Geld investiert, wären Sie nicht mit diesen Smart here, diese Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, jetzt werde ich auf mein Auto reduziert. Einfach nicht nett von Ihnen. Ich finde das nicht nett. Wir drehen Sie sofort um und fahren Sie wieder zurück. Das wird hier heute nichts mit Ihnen. Ich darf also, ja, guck mal, wie dumm ihr beide seid. Ich schlage euch gegenseitig. Jerry, haben wir ein Problem? Leute, wir müssen das anders machen. Das ist doch kacke, Mann. Als ob da so viele Polizisten sind. Also die zwei hätte ich alleine aufgenommen, aber da sind zu viele. Was ist denn das? Wegen 15 Leute ist die ganze Fußballmannschaft von Polizisten hier oder was? Dann können wir mal gucken, ob wir von rechts hier lang gehen können. Ähm, Entschuldigung? Guten Morgen. Ich bin nur hier, um zu spazieren. Alles gut bei Ihnen? Ja, das ist doch schön. Das ist doch schönes Wetter, oder? Dem geht es nicht mal ganz gut. Aber guckt euch das mal an, wie viele Polizisten... Wo ist denn... Marshmallow ist da voll. Was hat der für ein krasses Auto? Ey, die sind ja richtig los. Hier rechts gar keine Polizisten. Alles auf links verteilt. Ja, da kann man wieder sehen, ne? Die Superstars. Lass mal gucken, was er da macht. Ich hab ein Ticket. Eigentlich müsste ich doch da hingehen, ohne Probleme. So, das reicht jetzt. Eine Fragerunde bitte hier. Ja, welcher Fan willst du erst was fragen? Bitte, bitte, bitte. Ich bitte, Vater. Hallo, so ausfüllen, kannst du bitte mein Vorredner... ...und dann schreib ich weg los, als wäre ich mir längst wieder hergefahren. Ja, er darf hier... Oha. Was macht er mit seinen Fans? Mein Vorredner. Oh, ich hab gesagt, Frage stellen und ich zu mir hinkomme. Weg mit dir. Die Fans liegen ja trotzdem voll ab, ey. Die lieben den Typen. Warum sind diese Superstars so arrogant? Security kommt, oh oh. Bleiben Sie hier stehen. Und nicht näher dran. Danke. So, hat noch jemand irgendeine Frage? Hey Marshmallow, hey Marshmallow, ich, ich. Ja. Darf ich Sie was fragen? Hm. Wie alt sind Sie? Komm mal her. Ja. Oh mein Alter, geht dich nichts an, haben wir uns verstanden. Okay, äh, darf ich trotzdem Autokauf auf meine Handschuhe haben? Auf meine Handschuhe? Willst du nicht eins zum Gesicht haben? Hm, okay. Okay, dann... Oh mein Gott. Und zu diesem Marshmallow wollte ich heute hin? Ey, was ist mit dem Superstars los? Krass. Hey Marshmallow. Der nächste, oder die nächste. Ich kann ein bisschen DJ-Power zeigen. So drehe ich den DJ-Pult. Guck mal, das habe ich von dir gelernt. Du, ich wollte dir erst mal einen Kuss geben. Mua. Oh, geht weg, geht weg. Mach Spendung. Vielen da mal eine Frage. Können wir später mit dir Backstage kommen? Wir haben auch zu hohle Sachen. Wir können zu dritt ein bisschen Cocktail trinken. Guck mal. Warum haut er die? Ich verstehe ja, dass sie nervig sind. Aber warum haut er die? Ey, ich bin der Nächste. Ich gehe der Zin. Ich hoffe, die Polizisten werden mich nicht aufweiten. Aua. Okay, die haben mich nicht gesehen. Yo, Marshmallow. Was geht, Bro? Ich bin der Nächste. Wer bist du? Warum nimmst du mich, Bro? Ich weiß, die sind vielleicht ein bisschen nervig gewesen. Ja, alles gut. Ich bin in jedem deiner Konzerte gewesen. Ich habe so viele Lieder von dir so gefeiert. Da bist du nicht der Einzige, also. Ich dachte, du machst eine coole Fahrgestunde. Vielleicht können wir ein cooles Foto zusammen machen. Ja, mach mal. Komm, hol die Kamera raus. So, ein cooles Foto zusammen. Selfie vielleicht. Sag cheese. Bist du bereit? Tschüss. Weg mit der Kamera. Warum machst du das? Fotos kosten extra. Ey, warum bist du so eklig? Jetzt verpiss dich. Oh mein Gott, Leute. Ich kann den nicht zurückattackieren. Die Polizisten werden mich dann komplett abknallen. So. Ey. Ich weiß nicht. Der Typ ist irgendwie komisch. Der Typ ist auch noch mal komisch. Boobie, komm hier, komm hier, Boobie. Komm hier, mein Dugi-Dug. Komm hier, mein Schatz. Ja. Mensch, Milo. Das kann ich nicht tun. Ja. Ich liebe dir. Ich liebe dich. Du bist mein Idol, mein Vorbild. Ja. Du machst eine tolle Musik. Ich liebe dich. Guck mal, das ist mein Hund. Boobie, wir hören immer deine Musik. Ich gehe kasseln mit ihr. Bobby, komm mal bei dir. Komm her, Bobby. Das ist mein Leben. Komm her. Ich liebe dich. Geh mal ein bisschen weg. Ich will deinen Hund streichen. Geh mal ein bisschen weg. Okay, das scheint doch korrekt zu sein, oder? Was? Oh mein Gott. Nein, das hat er gerade nicht gemacht. Alles vorbei. Was ist das für ein Ehrenloser? Ey, geht's ihm gut? Geht's ihm gut? Bobby. Ey, was hat er gerade gemacht? Sag mir nicht. Ey, was ist das für ein arroganter Pisser gewesen? Bobby, bitte, Bobby. Geht's deinem Hund gut? Soll er vielleicht einen Tierarzt holen, oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, der rinnt weg. Bobby, bleib hier, bitte. Bobby. Oh nein, bitte nicht. Geht's ihm gut? Ey, was war das für ein arroganter Sack? Und da haben wir jetzt so viel Geld bezahlt? Was ist das für ein Asch? Warum die machen das? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab das echt nicht von dem Typen gedacht. Ich hab auch neulich Justin Bieber kennengelernt. Der war genauso. Aber Marshmallow ist ja anscheinend ein Tick schlimmer. Ach du Scheiße. Warum macht er das? Ich hab ihr nichts getan. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Warum er seine Musik macht? Sie scheinen ein netter Mann zu sein. Ihr Hund ist ja auch ziemlich süß. Aber ey, das ist doch scheiße. Das lass ich mir nicht gefallen. Ich hab Alice verkauft. Ich hab ein Auto verkauft, das ich gerne auf diese Kunde sehe. Ja, glaub ich. Und dann schlage ich meinen Hund. 3000 Euro ist halt ne Menge Geld. Verstehe ich ja. Vor allem so für 15 Leute extra so teuer gewesen. Ey, das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Und die Polizisten machen halt nichts. Die wurden ja auch fett bezahlt, damit die einfach alles durchgehen lassen, was diese Superstars machen. Bobby, weißt du, weißt du, wie heißt du? Mein Name ist Hugh. Hugh, weißt du was? Wir holen uns in. Wir machen einen Rekkeplan. Ich weiß, wo die wohnt. Ich weiß, wo die ist jetzt gerade. Auf eine Jächt. Woher weißt du das? Woher soll ich dir das? Diese Eselt, eine eigene Jächt. Ich hab das gehört. Ich weiß das. Und der ist gerade dort hingefahren, oder was? Ja, wir gehen uns richten. Ich hol mir das zurück, was die hat gemacht. Boah, du bist ja ein richtiger Fan von ihm, dass du alles von ihm weißt. Ja, dass das geht nicht, was er gemacht hat. Weißt du was? Ich helfe dir eigentlich normalerweise. Ich würde drauf scheißen, ne? Aber ich sagte ehrlich, lass uns da hingehen. Was fällt dem Typen eigentlich ein, so eine Scheiße zu machen? Ich hab ganz normal eine Frage gestellt. Er haut mich. Er haut den Hund. Er haut dich. Er haut hier diese Leute. Was ist das? Dankeschön. Vielen Dank. Komm mit. Heute war der letzte Tag, wo ich war ein Fan von ihm. Lass mal deinen Hund wegbringen. Und dann werden wir da hingehen. Okay, und dort auf diesem Schiff soll er sein, oder was? Ja, genau. Pass auf, Hugh. Ich will mich richtig grüßen. Tiers und Waffen. Nimm diese Waffen, okay? Okay, danke. Oh, was ist das für eine krasse Waffe. Nimm das einfach. Aber da werden safe, übertrieben, viele Securities sein. Das ist dir schon klar, oder? Das ist nicht schlimm. Wir holen uns die. Okay, weißt du was? Es gibt eh kein Zurück mehr. Das gleiche mit Justin Bieber. Hab ich schon alles durchgemacht. Ich weiß, wie diese Leute sind. Komm. Diesmal machen wir keine halbe Sachen. Wenn wir schießen, dann schießen wir zehnmal so viel zurück. Bist du bereit? Hundert, Mann. Bist du bereit, mein Freund? Los, Hugh. Wir holen uns an die Racken zurück. Das macht keiner mit uns. Niemand. Niemand. Dein armer Hund. Niemand greift einfach so Tiere an. Vier Bubi. Okay, jetzt müssen wir leise sein. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Warte, die sind dort oben. Vergiss nicht, die sind alle los. Die sind alle richtig dumm. Merkt ihr das? Die sind eingeladen hier auf die Party? Ja, richtig. Wir sind für die Cocktails da. Guten Tag. Bitte die Namen einmal, ja? Ja, mein Name ist Jeff Frankie. Und Jeff Frankie, äh... Tatsächlich, sind die Frankie All-Star? Jeff Frankie, nicht Frankie. Gucken Sie mal, Gucken Sie mal genau auf der Liste. Da steht doch mein Name. Sehen Sie? Können Sie nicht lesen? Mann, da steht doch mein Name. Ich seh's doch. Ich seh, ich seh nur einen Jeff Frankie All-Star. Also wenn Sie das sind, dann können Sie bleiben. Ja, der bin ich doch, der bin ich doch. Und, und, und Sie sind Mahmoud Mahmoudovic? Ich bin Mahmoud Mahmoudovic. Kommen Sie mit, ich bringe Sie für Ihr Plätze hin. Ah, okay. Das ist sehr nett von Ihnen. Okay, super. Vielen Dank. Aber beeisen Sie sich. Wir haben hier nicht ewig Zeit. Ja, wir müssen auch hier alles vorbereiten für die Gäste, die gleich da sind. Verstehen Sie das? Sie können zu Ihren Plätzen gehen. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen alles. Ja, ich komme hin. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Wow, Feuerwerk. Hier können Sie sich hinsetzen und hier können Sie sich erstmal entspannen. Ist das nicht ein bisschen zu früh für das Feuerwerk? Die Gäste kommen doch erst später an. Da hat es Ihnen die Sprache verschlagen, ne? Das war eine Vielzündung. Eine Vielzündung. Die Gäste, das nicht. Ja, komm mit, komm mit. Ich habe doch gesagt, die sind alle richtig los. Ich kenne schon diese ganzen Securities. Ich habe schon mit so vielen Securities zu tun gehabt. Aber ich sage Ihnen, sobald die, sobald die auf uns schießen, ne? Dann geht die Party richtig ab. Und wo ist jetzt dieser Marshmallow? Priorität ist Marshmallow. Wir werden ihn entführen, okay? Der kann nicht so durchkommen. Niemals. Was denken diese arroganten Superstars eigentlich jedes Mal? Weißt du, wo der ist? Komm mal mit. Vielleicht ist er hier. Ich stehe in seine Suite leise. Schleich. Ja, ja, ich bin doch schon leise. Ist er vielleicht hier am Kacken? Nein, ist er nicht. Ekelhaft. Ekelhaft, die ganze Situation hier. Komm mit, Ayub. Heißt du eigentlich Ayub oder Adele? Ich heiße Ayub. Ayudel. Ayudel, komm mit. Ich dachte an Adele. Verschließt du das? Nein. Nein. Pass auf, pass auf, pass auf. Sind wir hier überhaupt richtig? Komm, bitte, bitte. Warum sollen wir hier schleichen? Die wissen doch eh, dass wir hier einen auf den arbeiten. Wir schleichen gar nicht. Hallo? Ja, hallo? Wir müssen ganz kurz zum Marshmallow. Verstehen Sie das? Ja, das ist nicht dein Raum. Geh raus. Ja, wir müssen zum Marshmallow. Sir, Sir, lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Ich mach das schön. Kommen Sie mit. Ich bin die Secretärin von Marshmallow. Sie können mitkommen. Ja, danke schön. Beeilen Sie sich. So, wer sind Sie? Was brauchen Sie? Ja, wir müssen ganz kurz was verhandeln mit Marshmallow. Ja, es geht um die Party gleich. Geschäftspartner. Geschäftspartner. Ayub, komm mal her. Ganz kurz, ich kriege einen Anruf. Das wird gefährlich, wenn wir uns gleich sehen. Dann wird der safe wissen, dass wir da sind. Bitte press auf die Klo. Marshmallow, ja, ich bringe dir zwei Typen hoch, ja. Das Catering ist doch nicht fertig. Nein. Nein. Ich kümmer mich doch gleich drum an. Beeilen Sie sich mal, wir haben nicht ewig Zeit. Das wird ja so eine Schießerei. Kommen Sie mit schnell. Vorauf warten Sie, hallo. Ja, ja, wir kommen. Entschuldigung. Wir kommen ja schon. Das ist etwas unübersichtlich hier, ja. Ja, ja. Moment, ich bekomme einen Anruf. Ich bin die Säge noch nicht so unfreundlich. Ja, Jefferson. Was? Nur zwei Millionen? Ich will zehn Millionen haben. Ja, ich hab gleich ein Team mit Marshmallow. Gucken wir mal. Auf Wiedersehen. So, setzen Sie sich hierhin. Warten Sie, bis der Warteraum. Willkommen dann gleich, ja. Okay, tschüss. Sie haben gerade am Telefon gehört, es geht um Millionen. Das ist mir egal, ja. Atmen Sie jetzt bitte hier im Raum. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn direkt, sobald er reinkommt, entführen. Wir holen uns ihn. Wir packen uns ihn sofort entkriegen. Weißt du was? Du nimmst ihn als Geisel und ich kümmere mich um die Securities, sobald die auf uns schießen wollen. So machen wir das. Ich werde dich decken. Ich werde dein Leben retten. Wir wünschen uns für seine ekelhefte Verhältnisse. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los, Sie. Okay, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Wir machen das. So, Marshmallow, hier sind die zwei Gäste. Keiner wird sich hier bewegen. Nicht du, auch nicht Marshmallow. Hände hoch. Jetzt sofort. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hände hoch, sofort. Nein, nein, nein. Wenn ihr wollt, dass hier keiner verreckt, dann alle Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch, rede ich hier Spanisch? Ah ja, okay, 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 okay. Marshmallow, was war das für eine scheiß Aktion? Erinnerst du dich an uns? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer das ist? Weißt du, welchen Hund du gerade getreten hast vorhin, vor ein paar Stunden? Das war mein Hund. Weißt du, das? Warum machst du sowas? Du hast Bubi verletzt. Du hast ihn verletzt. Du hast ihn verletzt. Wie, wir gehen auf die Nerven? Weißt du, wie Geld du und dank uns machst? Ja, und? Das gibt dir kein Recht, uns... Er hat sein Auto verkauft. Das gibt dir kein Recht, andere Tiere oder uns Menschen anzugreifen. Einfach so. Wir haben 3000 Euro für dein scheiß Konzert geblecht. Ja, Entschuldigung, aber dann kauft doch keins. Ihr kauft nicht meine Freundschaft. Du bist so ein und ein Baris, du. Ey, da schießt jemand von links. Geht Deckung, Siu. Kümmer dich um Marshmallow. Ich kümmere mich um die ganzen Securities. Sie machen nichts, okay? Bleiben Sie hier, Sekretärin. Da wird alles gut. Marshmallow. Bleib stehen, Marshmallow. Ey, kümmere dich um die. Kümmer dich um die. Ich kümmere mich um die Securities. Hier ist einfach ein Helikopter. Ayuk, wo bist du? Wo ist Marshmallow? Ey, was ist das für eine ekelige Sekretärin? Ich wollte sie verschonen. Ich habe sie extra verschont. Aber selber schuldig. Wenn sie so eine Scheiße machen. Bleiben Sie stehen. Okay, seid da unten. Ich komme. Geht's dir gut, Ayuk? Siu, ich suche deine Hilfe. Ich bin doch bei dir, Bruder. Marshmallow, was soll das für eine Scheiße? Sag deine Leute, sollen aufhören zu schießen. Komm mit, du kommst jetzt sofort in den Helikopter rein. Oben, oben, oben. Wir müssen nach oben. Schnell nach oben, oben. Links, 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 links. Ayuk. Renn vor, Marshmallow. Du weißt hier, wo es ein bisschen lang geht. Sofort zu deinem Helikopter. Und ich werde fliegen. Nicht du, ich werde fliegen. Verstehst du das? Bring uns schnell zu deinem Helikopter und sag, dass deine Leute aufhören sollen. Sonst werden wir dich abknallen. Ja, das bekommst du nichts, was du verdienst. Stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Schnell, sie sind dahinten. Ey, sag mal, hören die nicht auf dich, Marshmallow? Das ist deine letzte Verwarnung. Sag nochmal eine Ansage an alle. Ich habe doch keinen Funk von denen. Ja, schrei. Du bist doch Sänger. Du hast doch ein starkes Organ. Hör auf zu schießen. Hör auf zu schießen. Stehen. Warum macht ihr das? Warum wir das machen? Damit wir dir eine Lektion erteilen. Darum machen wir das. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Kommt nie wieder zu meinem Konzert. Ey, du bleibst stehen, sonst schieß ich in dein Bein. Ja, ja, ist doch okay. Ja, alles ist okay, okay, okay. Deinen scheiß Gesang kannst du sonst wo hinstecken. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Ich habe dich ganz anders in Erinnerung. Macht ihr irgendwas falsch? Stürbt ihr. Die stirbt. Die macht ihr und stirbt. Kümmer dich um ihn. Lassen Sie den Flugzeug ziehen. Sehen die Waffel runter. Einsteigen. Security. Knarre ist am Kopf von Marshmallow. Mayday, Mayday. Öffnet das Feuer. Sehr gut, da. Let's go. Ich will da ohne Rocket. Rocket. Ich möchte jetzt ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Was willst du? Warum machst du so was? Sag mir das. Warum machst du so was? Ich mag meine Fans nicht. Was soll ich machen? Du magst deine Fans nicht? Deine Fans haben dir das alles ermöglicht. Du weißt, aus diesem Grund wirst du uns jetzt schön dein Auto geben. Wo ist dein Gebäude? Wo ist dein Haus? Oh nein. Gib mir im Navi jetzt sofort ein. Rede ich hier Spanisch oder was? Du hast einfach meinen Bubi getreten. Als Schadenersatz wirst du jetzt Ayob das Auto von dir geben. Okay, hast du markiert. Bist du bereit? Ein Auto ist doch viel mehr wert als ein Hund. Was? Was er gesagt hat. Lass dir das nicht gefallen. Gib ihm mal kurz Schelle. Du bist dein Asch bist du. Bam. Aua. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Da unten ist mein Haus. Ayob, wie ist die Luft bei dir da hinten? Ich kann seinen großen Kopf nicht sehen von Marshmallow. Okay, wir landen gleich. Wir werden uns jetzt reschen. Guck mich an, Marshmallow. Marshmallow, guck ihn an, wenn er mit dir redet. Das fällt dir eigentlich ein. Aussteigen. Aussteigen, habe ich gesagt, Marshmallow. Lern fliegen. Aussteigen. Aussteigen, Marshmallow. Hör auf zu singen. Ich habe keinen Nerven auf deinen Gesang. Jetzt komm mit. Du wirst deinen Security-Typen sagen, dass sie sich nicht bewegen. Okay? Verstehst du das? Security. Ja, Marshmallow. Nicht bewegen. Ich werde bedroht. Nicht bewegen. Oh. Weißt du was? Du nimmst jetzt das Auto und haust ab. Versieh nicht. Hau ab. Verzieh dich. Verzieh dich, Kleiner. Zieh Leine, Junge. Ich habe nichts damit zu tun. Du da oben auch. Ihr verzieht euch jetzt alle weg. Und wenn ihr die Polizei ruft, dann ist Marshmallow weg vom Fenster. Versteht ihr das? Bitte nicht. Weg vom Fenster. Und jetzt haut ab. Komm mal her. Wie ist dein Name? Jeffrey. Jeffrey. Bleib mal hier stehen. Nimm das Auto. Steig mal im Auto ein und hau ab mit deinem Kollegen. Okay. Jetzt zieh Leine. Hau jetzt ab. Versieh dich. Aber geh schnell. Marshmallow, wo ist dein Auto? Ja, es ist hier draußen. Oha, bist du Fan von McDonalds oder was? Warum hast du einfach... Warum hast du ein Bild von Big Mac und alles? Wie viel Geld das kostet? Wo ist er? Das geht dich nichts an. Okay, FC. Ich sehe es schon. Okay, okay. Das ist komisch. Die richtige Marshmallow, die ist vegan. Also ich weiß, oder? Das habe ich eigentlich auch mitbekommen. Und das ist dein Auto? Du weißt schon, das Auto gehört jetzt. Das Auto werden wir jetzt versteigern. und das einfach an allen Fans verteilen. Das ist meins. Das ist der, für dass du Bubi geschlagen hast. Das geht mit deinen Fans und nicht dir. Niemals. Komm mit, wir steigen ein. Der, für dass du Bubi geschlagen hast. Dafür, dass du Bubi geschlagen hast. Einsteigen. Weißt du was? Oh Mann, ich habe weg. Bleib mal stehen, Marshmallow. Ich habe noch ernstes Wörter mit dir zu reden. Bleib stehen, sonst schießen wir. Weißt du was? Ja, okay. Diesen Schlag wirst du niemals in deinem Leben vergessen. Das sollte in der Nähe sein. Bam! Was? Was? Epp. Das ist gar nicht Marshmallow. Wie ist das? Das ist ein Faker. Oh mein Gott. Das wäre gar nicht Marshmallow. Und ich dachte schon, Marshmallow ist eigentlich der netteste Superstar überhaupt. Echt, du sechst. Das ist gar nicht Marshmallow. Der hat sich einfach als Marshmallow ausgegeben und deshalb so viel Geld gemacht. Ich wollte nur, ich wollte nur Geld abziehen von euch. Du hörst mir jetzt genau zu. Wo ist der originale Marshmallow? Was hast du mit ihm gemacht? Das kann ich nicht sagen. Was hast du mit ihm gemacht? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast gar nichts gemacht? Nein. Wie, du hast gar nichts gemacht? Du hast gar nichts gemacht? Gleich kriegst du noch einen Schuss in deinem anderen Bein. Steh jetzt auf, Marshmallow-Fake. Steh auf. Wo ist der originale Marshmallow? Den habt ihr doch locker gewahrsam genommen. Der wurde erfüllt. Wo ist er? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, ein Mafia habe den erfüllt. Du wirst uns jetzt gleich zeigen, wo der ist. Steig in dein Auto rein. Freunde, ich wusste doch, dass an der ganzen Sache was faul ist. Wir müssen herausfinden, wo der originale Marshmallow ist. Leute, wenn ihr herausfinden wollt, wo der originale sich befindet, wir werden ihn jetzt gleich mitnehmen. Er wird uns den originalen zeigen müssen. Dann lasst jetzt einen fetten Like da. Checkt alle Leute ab, die hier mitgemacht haben. Kurs geht raus. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.